Musik Beim Hanseporter schwelge ich immer in Erinnerung. Es ist ähnlich dem Doppelkaramellmalz der DDR-Zeit. Es wärmt von innen und zur Winterzeit serviere ich es meinen Gästen, gern passend zum Dessert. Letztens bei einer Veranstaltung vor uns im Haus habe ich den Gästen und unser Hanseporter zu einem geschmorten Lammbraten mit karamellisierten Tomaten empfohlen. Das wär echt der Hammer.